Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Escape Simulator. Ja, heute geht's mal ab, ne Leute? Heute geben schon zwei Videos, trotz Livestream, mit der Mine. Hi Leute. Ja. So, dann gucken wir mal, ne? Genau, fangen wir mal an kurz. Ich musste mal kurz noch was da weg machen. So, jetzt sind wir wieder. Ja, was haben wir denn da? Was ist das? Wir haben einen Kappenfeuerzeug gefunden. Und einen Zettel. Eine Art Ständer. Kappenzettel. Also heute war da. Das ist ein Zettel. Ja. Oh, zu. Oh, zu. Ja. Endlich habe ich den Gipfel erreicht. Unnötig zu sagen, dass die Aussicht alles erfüllt, was ich erwartet habe. Meine Gefühle sind durcheinander. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Auf der anderen Seite habe ich das Bedürfnis, weiterzugehen. Ich weiß nur, dass ich mich beeilen muss, denn mein letztes Ziel ist noch nicht erreicht. PS, ich habe es gefunden. So, hier ist ein Hinweis. Mit so einem komischen Typ. Der hat so einen Stab in der Hand und irgendwas auf dem Kopf. Und ich habe Hinweise in der Hand. Kann ich mit Druck gucken? Wow. Ja, die muss ich drehe anscheinend und dass sie ohne das Bild sich ergeben. Ist meine Vermutung. Ach Gott. Nö, 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 nö. Ja, ja. Das muss da das Bild ergeben. Das da unten. Das heißt, wir müssten... Boah, welches ist denn das? Nö, 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 nö. Ruh, na, du musst ein Stückchen zur Seite. Andere Seite, andere Seite. Warte mal, nö, das war zu... Mach mal noch ein Stückchen rüber. Stopp. Komm mal. Ein Stückchen zu mir. Das muss in das schwarze Loch dornen. Ich versuch's grad. Da, stopp. Da. So. So, das haben wir. So, dann müsstest du schräg rüber. Das heißt, du müsstest... Du hin, nö, nö? Du müsstest auf den ganz du hinten, oder? Ich weiß nicht, nö. Da, wenn du's da, nö. Das ist eine kurze Strecke. Ich hätte das hier genommen, dort. Der genau, denn, denn, da. Warte, dann muss ich ein Stückchen höher. Knopfdrecke. So, dann, du nö, nö. Dann, ganz weit nö. Das ist zu weit, nö, nö. So, genau. Knopfdrecke. Dann hoch. Hochzus. Das wär dann desto, oder? Nö, das würde ich sagen. Bist du hinne, genau. Obola, warte mal. Ich weiß nicht, passt das schon? Ja. Und dann eigentlich, der da unten. Der da kaputt auf dem Boden liegt. Ja. Mach du mal. Achso, stimmt. Ein Stück rüber. Stopp. Boom. Ja, hat funktioniert. Oh, gut. Und was hat da jetzt funktioniert? Wird sich nicht. Das ist jetzt das. Achso, guck mal, ich hab hier so'n komischen. Hinweis. So'n komischen Pinöbel. Hier ist noch ein Hut. Hut aufsetzen. Da. Hinweis. Gucken wir mal mit rein. Okay. Ja, da unten. So, das muss das und das. Ja, das ist ein ganz schöner Hinweis. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ne? Achso, wir müssen jetzt hier irgendwas einstellen. Und was? Stand das da drauf? Stand das auf dem Zettel drauf? So'n Dreieck. Oder was ist das? Ja, so'n komischer Dreieck. Und dann dieses komische Ding da mit unten. Warte mal. Bist du, ne? Ja, und das. Dreieck. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Dreieck. Ne. Dann ist es auch nicht das, was wir brauchen. Ich hab'n Coin gefunden. Token. Guck mal, du hast so'n Figur. Wo ist die Figur? Hier, mit ne. Warte, hat der irgendwas? Warte mal. Da hinten läuft die Zeit. Hier ist aber auch nix angegeben worden. So, nächster Hinweis. Ist hier irgendwas im Müll? Nein, auch nicht. Nächster Hinweis. Das plus. Gibt das. Das plus. Wow, jetzt haben wir's aber. Das ist die Ding. Warte mal, das war. Warte mal, da ist was drauf abgebildet. Warte mal, da ist was drauf abgebildet. Da, das musst du, warte mal, da sind Punkte und Striche. Ja, das muss so, wo du feil ist, so. Ich seh' nix zu, steh' ich mir'n Kumpel vor. Ja, aber da sind aber auch Punkte, ne? Ich mein', das ist das hier. Wenn du das nämlich, guck, pass mal hoch, wenn du das nämlich umdrehst, hier, da sind Punkte. Siehst du das? Ja. Und es gibt hier nix außer Punkte außer das hier, also müsste es das da sein. Ja, weil das oben muss so innen gestellt sein. Ja, ja, das kann man nennen, nene, 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 das ist egal. So, und entweder, was machen wir jetzt hier alle, probieren wir mal hier das einzelne Ding aus. Okay, das ist auch noch mal so armere. Aber guck mal, was kommt denn da jetzt? Was ist denn das? Okay. Das ist nicht witzig. Das gefällt mir net. Da unten zählt, zählt. Kann man da irgendwas drücken? Naja, aber ich glaub, kommt, was sind die da drauf? Nein, die passen nicht da drauf. Der Hut, die passen drauf. Ach, ja, die passen drauf. Okay, gut. Der Kumo, was ist gestorben? Was hast du? Oh. Okay. So. Hm. Okay. Toll, sind wir scheiße. Weil sind wir nicht so gut, Leute. Ja, das ist auch das letzte Level von Ägypten, das ist ein bisschen anstrengend, also vergibt's uns. Oh. Oh. Wow. So. Und ähm, Feuer, Feuer, Feuer. Ist es irgendwo was? Nein. Und dann Feuer. Da ist nix. Und dann Feuer wäre da noch so eine Figur. Ja, wo? Äh. Warte mal, stopp, 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 stopp. Ich hab ne Idee. Hier ist das Feuer nicht an. So. Oh. Aber warte mal, das geht nicht an. Wenn ich das da reinschmeiße. Warte mal. So. Ich das da, ähm, kann man das anzünden? Nein. Ach, wie krieg ich das dann an? Nein. Ich hab nix zum anmachen, das ist es, ja. Ich hab nen Feuerzeug, aber funktioniert nicht. Kann das da nicht drin machen, wenn ich das da rein schmeiße. Jetzt hab ich's angezündet. Okay. Jetzt hab ich's. Ah. So, das ist der nächste Hinweis. Für den Toppen, oder was, jetzt, jetzt, ehrlich? Also, der ist immer die Herde. Ja, dass ich, ich seh' nicht, sein Pfeil ist genau da drauf. Danke. Löwezelt, zählt. Ja, ist ja da. Löwezelt, zählt. Ja, ist ja da. Ballade wollte ich nicht mit draußen, aber. Mehto vielleicht die Figur, die Figur war schon. Ne, das sind die Figur, die passen da da drauf, die sind zu groß Höhe. Na, das geht nicht. Was sind die da? Ah, hier, guck mal, da und da passen sie rein. Hier passen sie rein. Okay. Da fehlen mir aber noch ein paar Stück für. Drehen, das, ja. Das hab ich schon fast gedacht. Zählt, zählt. Und dann geht was auf. So. Was löwe, zählt, zählt. Okay, löwe, zählt, zählt. Und das muss nach oben gucken, oder was? Ja, anscheinend. Aber ich durchgelebe das. Hier aber. Ja, dann wird's von UNO gerechnet. Ander was. Ah, und jetzt kann ich es schieben. Ah. Ja. Und so wie ich's mir vorstelle, musst du die genau so stellen wie da drüben. Mhm. Das heißt, das da drüben ist dieses komische Schakalfresse da. Oder? Ne, das ist der da. Nein. Ich nehm nochmal alle auf. So. Ähm. Das war die Nummer drei. Das heißt, der da. So. Und den müssen wir drehen in diese Richtung. Dann kommt die komische Schakalfresse. Die kommt da hin. Nichts gegen Ägypten. Alles in Ordnung. Nur, das ist ein bisschen Ausstrengtheit. Äh. Was hat denn der da? Das ist der Typ. Der kommt da hin. Der wird nach da gedreht. Und ganz zum Schluss kommt der hier hin. Boom. So, und dann öffnet sich schon wieder hier irgendwas. Was. Ja, jetzt kommen hier komische Sch... Wo hat sich schon was... Achso, du hat sich was geöffnet. Da sind die Dinger hier draußen. Ja, und jetzt... Was? Bringt das jetzt? Dass die Dinger jetzt hier draußen sind. So irgendwas mit dem Feuer und wieder so ein Ding. Das Feuer und Ding. Ja, hier sollen irgendwo Teile sein, aber ich seh du nix. Ich kann das auch nicht ausmachen. Oder müssen wir das löschen? Warte mal, muss ich da irgendwas... Ah, ich kann das da aufdrehen. Warte mal, warte mal. Hm? Was kannst du aufdrehen? Ich konnte das jetzt hier aufdrehen. Ja, also dann machen wir alle Feuer aus. Okay. Geht nicht. Da ist nix drin. Da ist kein Wasser drin. Kannst du doch in Brunze? Ne. Wird nicht geh. Ja, weiss man ja nett. To-Arsch-Gegs. Ähm, genau. Ja. Ja, ohne Wasser kann man hier nix löschen. Muscheregetanz machen. Aha. Jetzt wollt. Ich hab doch hier wohl. Das, das, das. Ja, witzig, das Hammer, ja. Hm. Muss ich ja irgendwas machen können. Das gibt's ja nicht. Oh, Leid. Bisschen blöd. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Oh, okay. Ja, 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 ja. Ich weiß, wie das da geht. Das. Hoppla. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ich denke. Okay, dann zeig uns das mal. Ja, warte, warte, warte. Ich hoffe, dass man meine Stimme richtig hört. Wenn nicht. Kann ja nix mehr... Wenn nicht spät. Irgendwie spinnt mein... Spint mein... Mikro heute. Keine Ahnung. Ich such grad aber weiter noch anderes wie... Ah, da, genau. Das hier. Dann das davor. Das, ne. Machst du da? Das bei unten. Ja, normal sortieren. Guck doch, du siehst doch das Bild. Das Bild? Wie da stehen soll alles. Hier hinten die Endfigur. Dann du. Möschung, Möschman? Ja, ich seh doch nix. Hm. Ich seh doch keine... Wiss ich was denn was? Wiss ich was du da siehst. Ah, okay. Du musst du... Das ist jetzt nix stehen was. Ach so, da kommt noch so ein Ding raus. Das heißt... Müssen wir es drehen. Was ist denn so jetzt? Was kommt da jetzt? Ich muss schon drauf gucken. Zelt. Welt... Ähm... Adler und so eine komische Tasse. Welt, Adler und so eine komische Tasse. Also hier ist so nur... Ja, komische Adler. Du und eine Tasse? Mhm. Ja, passt perfekt. So, das haben wir auch. Kommt da noch eins rein? Ne, da kommt das nicht rein. Das kommt hier rein. Genau. Zack. Zack. Und die zwei Dinge auch bedroß. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch die Reihe folgen. Ja. Von groß zu klein. Und dann gleich nochmal. Ne, ne. Aber wie? Kann man nicht da rein? Ne. Wie kommt man da? Gibt's denn irgendwie einen Hinweis? Warte mal. So, hier ist was. Da ist da rein. Ja, ja. Das kriegt man die Dinger raus. Das ist mir klar. Die haben wir ja schon. Also manche Hinweise sind echt nervtätend. Ja, ja. Ja, ja. Das ist da. Das ist... Diese vier Dinger hier sind hochgegangen. Das wäre... Sinnvolle Hinweis. Aber... Wie? Das ist alles gleich groß hier. Die sind alle gleich groß. Ich weiß nicht, was das für ein Ding sein soll. Die Logik. Du kannst es auch nicht bewegen. Hm. Also heute sind wir nicht gut. Leute. Nein. Heute sind wir nicht gut. Heute haben wir es nicht gut. Was? 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 Ne. Wir sind jetzt erstmal die hinten. Machen wir erstmal hin. Das war das. Das war mit dem Tränen. Und das Ding kommt raus. Das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir eigentlich auch schon. Und die Hinweise gehen entweder. Das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen ab. Die Hinweise, die sind unlogisch. Die Hinweise sind unlogisch. Ist halt irgendwas mit der Pyramide. Schön. Ich hab alle Pyramide. Ich hab alle Türme. Hä. Hä. Kann man doch nicht. Kann man nicht im Feuer. Was macht der? Doof. Anscheinend. Gibt's doch nicht. Gucken wir mal. Mit den Hinweise. Du isst hier nichts besonderes. Ach. Ist jetzt ein Hinweis rauskommen. Ja. Echt jetzt. Was dann. Wer kommt denn bitteschön da drauf. Das ist die Größe von da ist. Das heißt denn. Was. Der größte Turm kommt hier hin. Der ganz große nach da hinten. Dann der kleinste nach da. Und der nach da. Wer soll denn bitteschön da drauf kommen. Jetzt mal ohne Flasche. Bis jetzt offen jetzt ein Ding. Was ist denn das für ein Ding. Was will denn der jetzt von mir. Der ist eh nicht so nah. Okay. Sieht man hier irgendwo. Ja okay. Die Zeit die haben wir mal voll verkackt. Sieht man hier irgendwo einen. Sternenbild. Mann. Lose Hinweis. Schieben. Ja super. Das habe ich angekriegt. Ich sehe nichts. Tut mir leid. Ja warte ich mach dort. Danke. Dieben. Aha. Das muss das Bild ergeben. Ach das nur hin. Das Bild. Ja. Dann sagt es. Komm das mal. Proben schieben. Ähm. Warte. Das ist es in der Mitte. Das heißt es muss hier sein. Mütig. Dann haben wir das. Das. Das glatte ist da. Das muss da sein. Und dann das so. Hm. Dann ist doch richtig. Warum geht das nicht? Es ist die Mitte. Es ist das mit der Treppe. Muss doch so sein. Ja eigentlich schon. Egal wie ich es mache. Das funktioniert. Hä. Ich muss vielleicht noch irgendwas anderes drücken. Ach warte Mo. Das sind die Türme. Das sind die Türme. Das sind die Türme. Das sind die Türme gewesen. Und nicht die anderen Sachen. Ja da muss man erst mal drauf kommen ne. Ja so. Jetzt hat sich die Lichtquelle verändert. Da oben. Die Lichtquelle hat sich verändert. Da oben. Da oben. Da sind jetzt Sternbilder. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Also ich sehe so nem komische. Ja. Wo ist das? Hier. Was muss das doch sein. Ja das sehe ich. Dann 3 Sterne und so nem komischen Wagen. 3 Sterne und so nem komischen Wagen. 3 Sterne und so nem komischen Wagen. Das ist glaube ich das Ding. Hast du auch eins? Ja ich glaube. was in welches soll das sein dass das da gerne ja das ist das ist das ist das ist das für ein krüppelding ja das hatte ich ja schon aber durchs ist das da das ist doch Weltkrieg und leute auch leid 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 wir sind schon beim Livestream halt oben ja so ungefähr so Leute das war's von Ägypten ihr seht's ne als nächstes geht's weiter in den Weltraum lasst ein Like und ein Abo da ich hab jetzt Hunger ich will jetzt was essen wir sehen uns heute Abend im Livestream bis dann tschüss